Immer wieder sehen wir die Abkürzung GNU oder das Kürzel GNU im Zusammenhang mit Linux. GNU ist im Prinzip das Projekt, das sich für freie Software einsetzt, also für frei in Form von Freiheit. Und GNU selber oder die Free Software Foundation selber hat ein eigenes Betriebssystem mit einem eigenen Paketmanager erstellt. Und dieses System nennt sich GNU Geeks und das schauen wir uns heute mal an. Es wird jetzt also wieder ziemlich spannend und auch ein bisschen kompliziert, aber das ist ja bei der Free Software Foundation gar nicht anders zu erwarten. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute widmen wir uns einem ganz besonderen Betriebssystem. Es geht heute um GNU Geeks. Zuerst schauen wir mal, was GNU überhaupt bedeutet, denn das mysteriöse GNU liest man ja hier und da immer wieder, wenn es um Linux Betriebssysteme geht. Auf GNU.org finden wir dann schon mal eine sehr schöne Übersicht, was GNU denn nun ist. Hier steht, GNU ist ein Betriebssystem, gefördert von der Free Software Foundation. Nun darf man das Ganze aber nicht damit verwechseln, dass GNU ein Betriebssystem ist, das quasi als einziges irgendwie runtergeladen werden kann, sondern GNU als GNU-Betriebssystem kann sich eben jedes Betriebssystem bezeichnen, welches eben die Kriterien der Free Software Foundation erfüllt. Und das bedeutet freie Software. Auch hier muss man wieder schauen, was genau ist mit freier Software überhaupt gemeint. Freie Software bedeutet im Prinzip, dass die Nutzer die Freiheit haben, Software eben auszuführen, zu kopieren, zu verbreiten, zu untersuchen, zu ändern und zu verbessern, so wie es hier steht. Nicht zu verwechseln mit frei, wie bei Freibier quasi gratis. Mit frei ist quasi gemeint, dass es sich dabei um Software handelt, die eben frei im Sinne von Freiheit ist und nicht im Sinne von gratis. Denn auch freie Software muss nicht zwangsläufig gratis sein. Allerdings, um sich freie Software zu nennen, müssen eben diese Kriterien erfüllt sein. Auf der Unterseite, freie GNU-Linux-Verteilungen, finden wir sogar eine Auflistung echter zertifizierter GNU-Linux-Betriebssysteme. Darunter eben Geeks, das was wir jetzt gleich behandeln werden, aber eben auch zum Beispiel PureOS oder Trisquel. Und zu Trisquel habe ich bereits ein Video gemacht. Und das sind tatsächlich soweit erstmal alle, die wirklich frei sind. Nun hat Freiheit natürlich seinen Preis. Und zwar dann, wenn es um die richtige Hardware geht. Wenn du dir nämlich ein Notebook kaufst, dann ist dort mit Sicherheit eine WLAN-Karte drin, die auf jeden Fall properitäre Blobs oder properitäre Firmware benötigt, um zu funktionieren. Und das kann durchaus zu einem Problem werden, wenn man eben ausschließlich freie Software nutzen möchte. Denn man muss dann in Kauf nehmen, dass bestimmte Sachen eben nicht mehr funktionieren. Damit man aber GNU-Geeks eben auch auf properitäre Hardware nutzen kann, gibt es ein Repository namens Non-Geeks. Und das Non-Geeks-Repository, welches man in GNU-Geeks dann einfach einstellen kann und aktivieren kann, enthält dann noch diverse, zum Beispiel hier Intel-Media-Treiber, das sieht man jetzt hier bei dem letzten Comet, ja, und diverse andere nicht freie Software. Um mit der Installation überhaupt starten zu können, benötigen wir natürlich die ISO von GNU-Geeks. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder die 100% freie GNU-Geeks ISO nehmen. Dazu gehe ich hier einfach auf Herunterladen. Und dann habe ich hier im Prinzip die ISO. Einfach hier auf das x86-64 klicken und dann wird die ISO heruntergeladen. Die habe ich mir aber schon runtergeladen. Die habe ich also schon. Und als Alternative kannst du auch auf dem GitHub-Account von Systemcrafter den Geeks-Installer nutzen. Ich klicke mal hier drauf. Hier ist bereits die nicht freie Software schon mit drauf. Und der Non-Geeks-Channel ist hier ebenfalls schon in dieser ISO implementiert. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal wie spanisch rückwärts. Aber wir kommen gleich noch zu den Channels, was das alles bedeutet. Es geht ja auch darum, dass wir auf unserem System dann einen nicht freien Linux-Kerne, also einen normalen Linux-Kerne installieren wollen. Und nicht eben nur den sogenannten Libre-Kerne. Ich habe das mit diesem GNU-Geeks-Installer versucht zu installieren. Allerdings ist es schon bei der Formatierung der Festplatten ist da irgendein Fehler aufgetreten. Da ist irgendwas schief gelaufen. Und deswegen nehme ich jetzt hier einfach den Original-GNU-Geeks-Installer und werde dann einfach das Non-Geeks-Repository, also den Non-Geeks-Channel, einfach händisch einfügen. Und ja, das machen wir einfach zusammen, so dass dann auch jeder das auch mitverfolgen kann, wie das funktioniert. So, als allererstes habe ich mir die ISO. Das ist einmal der Geeks-Installer von System Crafters. Und das ist dann der Geeks-System-Install. Das ist der Original quasi von GNU-Geeks. Und diesen Originalen, den werde ich jetzt auf meinen Stick ziehen, beziehungsweise er ist schon auf dem Stick drauf. Und ich werde jetzt einfach den HP-Rechner mal starten. Und dann versuchen wir uns mal in der Installation. So, ich wähle meinen Sandisk Cruiser aus. Den habe ich einmal hier. Und dann habe ich jetzt hier die zwei ISOs liegen. Einmal den Geeks-Installer von System Crafters und einmal Geeks-System-Install. Das ist das Original. Und das wähle ich jetzt, gehe auf Boot in Normal Mode. Und dann bin ich hier quasi beim, ja, ganz normalen Geeks-Grab-Menü. Der hat jetzt sofort schon den ersten Eintrag ausgewählt. Ich konnte jetzt hier gar nichts mehr machen. Und ja, dann warten wir mal kurz, bis der ganze Spaß gestartet ist. So, und hier sind wir auch schon bei der Sprachauswahl. Das heißt, wir haben hier so einen, ja, quasi grafischen Encurses-Installer. So eine grafische Routine quasi hier im Terminal. So, ich gehe jetzt hier erstmal auf Deutsch, wähle dann Deutschland aus. So, jetzt haben wir es. Und befinde mich jetzt hier beim Start. Willkommen bei der System-Installation. Bevor wir loslegen, möchte ich ganz kurz noch etwas zu Konsolen, zum Arbeiten in einem Terminal mal kurz kommen. Und zwar ist es so, dass auch dieser grafische Installer, den wir jetzt sehen, ist ja keine echte grafische Oberfläche, sondern das wird ja im Terminal produziert. Und jetzt kann es ja passieren, dass ich zum Beispiel mal auf das richtige Terminal zugreifen muss. Und das kann ich ganz einfach, indem ich zwischen den Terminals hin und her wechsle, denn ich habe ja hier mehrere Terminals drauf. Und die werden hier gekennzeichnet mit dem Namen tty1, tty2 und so weiter. Dieser grafische Installer hier befindet sich auf dem Terminal Nummer 1. Und falls ich ausschließlich diesen Computer hier habe und kein anderes System zur Hand, wo ich zum Beispiel die Installationsanleitung mir durchlesen kann, kann ich das Ganze hier auch auf der Installations-ISO, indem ich einfach auf das Terminal Nummer 2 wechsle. Und das befindet sich unter der Tastenkombination STRG-ALT und dann F2. So, wenn ich das jetzt hier mal drücke, dann komme ich hier zur Systeminstallation. Das ist im Prinzip dasselbe, was auch auf der Webseite zu finden ist, dieselbe Anleitung. Und dann kann ich hier im Prinzip mich auch durch die Anleitung durchlesen. Wenn ich jetzt STRG-ALT F3 drücke, das mache ich jetzt. Und jetzt befinde ich mich hier auf einem dritten Bildschirm. Und ich drücke jetzt einfach mal Enter und bin jetzt ganz normal im Terminal. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen klein. Das lässt sich nur gerade nicht größer machen. Und hier kann ich dann zum Beispiel das BLK mir hier zum Beispiel meine Block-Devices, also quasi meine Festplatten anschauen und so weiter. Und wenn ich jetzt einfach STRG-ALT und F4 zum Beispiel drücke, dann befinde ich mich auf einem weiteren Terminal, nämlich dem Terminal Nummer 4. Und hier kann ich dann irgendwas anderes ausführen, wie zum Beispiel Top. Top könnte man jetzt hier ausführen. Und dann habe ich hier im Prinzip mein System, meine Systemlast, die ich hier mir anschauen kann. Und dann kann ich jetzt einfach wieder auf Terminal Nummer 3 mit STRG-ALT F3 wechseln, um hier weiter zum Beispiel zu arbeiten und zum Beispiel um die Festplatten zu löschen, zu formatieren und so weiter und so fort. Dann wechsle ich jetzt wieder rüber auf STRG-ALT F1. So, und da sind wir hier wieder in der grafischen Installationsroutine. Und hier gehe ich dann einfach auf grafische Installation mit konsolenbasierter Oberfläche. Das ist im Prinzip dieses Encurses. So, dann kommen wir jetzt zur Zeitzone. Da bin ich in Europa und Berlin. Die Tastatur ist einmal Deutsch und Deutsch. So, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, den Host-Namen quasi festzulegen. Das ist der Rechner-Name. Und da nehmen wir einfach Geeks, weil es mein HP-Rechner ist. So, einmal auf OK. Jetzt wird der Internetzugang geprüft, ob ich Internetzugriff habe. So, solltest du jetzt eine WLAN-Karte benötigen, wird das mit dem Original Geeks höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Da kannst du nur schauen, dass du mit der ISO von System Crafters da dann entsprechend auch die Module hast, um deine WLAN-Karte zu aktivieren. So, dann einmal steht hier Angebotene Substitut-Server suchen. Hier auf jeden Fall auf Aktivieren klicken, denn bei Geeks handelt es sich ebenfalls um quellbasiertes Paketmanagement. Das heißt, hier werden dann bei der Installation von Software eben die Quellpakete runtergeladen und dann auf dem eigenen Rechner kompiliert. Und das kann je nach Software manchmal ganz schön viel und ganz schön groß sein, gerade zum Beispiel bei Browsern oder beim Kernel. Und die Substitut-Server, die enthalten bereits die fertig kompilierten Pakete fertig zur Installation und deswegen hier auf jeden Fall auf Aktivieren drücken, sodass da als erstes die Pakete gezogen werden. So, jetzt vergebe ich hier einfach mal ein Root-Passwort. Das machen wir auch. Und das Ganze nochmal wiederholen. Okay. Und hier kann ich jetzt ein Benutzerkonto hinzufügen. Und da nehmen wir den Benutzer-Typ und dazu ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Okay. So, dann könnte ich jetzt hier noch einen weiteren Benutzer hinzufügen. Das will ich jetzt nicht. Ich gehe einfach auf Okay und habe jetzt die Möglichkeit, meine Arbeitsumgebung auszuwählen. mit der jeweiligen Desktop-Oberfläche oder auch Fenstermanager. Ein Wort der Warnung, falls du dich entscheidest, zum Beispiel einen Fenstermanager wie Awesome oder i3 oder RedPoison zu installieren, empfehle ich dir unbedingt trotzdem eine Desktop-Umgebung noch drauf zu installieren, wie zum Beispiel Gnome, Xfce oder Mate. Das liegt ganz einfach daran, dass zum Beispiel bei i3 einfach dann gar kein Terminal und nichts mit dabei ist, sondern lediglich nur der Fenstermanager installiert wird und du zum Beispiel auch keinen Networkmanager und so weiter hast. Und deswegen ist es immer zu empfehlen, die ganzen, sag ich mal, GTK-Dienste hier mit drauf zu installieren, in Form zum Beispiel von Gnome oder Xfce, damit man dann schon mal ein paar mehr Software zur Auswahl hat, die man dann entsprechend nutzen kann. So, ich werde jetzt hier nur Gnome installieren und sage einmal Okay. Und die OpenSSH SecureShell-Demon will ich unbedingt haben. Der ist jetzt hier für die Installation wichtig, weil ich nachher gleich auf meine lokale Shell wechsle, auf meinem Hauptrechner, wenn wir da die Installation fortführen. So, dann gehe ich jetzt hier einmal auf Okay und habe jetzt hier die Möglichkeit, die Partitionierungsmethode auszuwählen. Einmal geführt für den gesamten Datenträger oder eben auch manuell, falls ich manuell eine Festplatte partitionieren möchte. Ich gehe jetzt hier auf Geführt, den gesamten Datenträger und wähle jetzt hier meine 256 GB Festplatte von Veno aus. Da einmal auf Okay. Ich nehme alles als eine Partition, also ich möchte jetzt keine separate Home-Partition haben. Ich kann hier aber auch durchschalten und eine separate Home-Partition auswählen. So, dann nehmen wir das. So, hier schlägt er mir jetzt die Partitionierung vor. Ich kriege eine 4 GB Swap-Partition mit dazu. eine 576 MB EFI-Partition und der Rest wird dann auf EXT4 formatiert. Okay, das gefällt mir so, wie es ist. Dann sage ich einfach auf Okay. Hier wird dann vorgeschlagen, was jetzt hier noch partitioniert wird und formatiert wird. Ich sage einmal Fortfahren und dann heißt es kurz Abwarten. Und schon ist die Konfiguration erst mal erstellt. Allerdings ist die Installation selber noch nicht durchgeführt. So, ich werde jetzt erst mal SSH aktivieren hier auf dieser Live-Umgebung. Dazu wechsle ich jetzt in ein Terminal und mit STRG-ALT F3 gehe ich in das Terminal Nummer 3. Hier haben wir ja schon die Block-Devices uns kurz angeschaut. Und hier werde ich jetzt einfach den SSH-Dienst aktivieren. Und zwar gibt es hier nicht das System-D als Init- und Service-Provider, sondern das Init-System nennt sich Shepard. Also wie der Schäfer. Und der Schäfer hütet natürlich seine Herde. Und deswegen gibt es hier, um Dienste zu starten, eben den Herd-Befehl, den Herd-Befehl. Und mit Herd kann ich dann zum Beispiel Start und dann SSH-D entsprechend starten. So, jetzt steht hier auch der Service SSH-D-Demon has been started. Und dann kann ich jetzt einfach auf IP und A gehen. Und dann wird mir jetzt hier die IP-Adresse angezeigt. Die lokale sehe ich jetzt hier meine IP-Adresse. Und damit ich überhaupt auf diese IP auch zugreifen kann, benötige ich erstmal ein Root-Passwort für diese Live-ISO. Denn das Root-Passwort, was wir eben vorgeben haben, ist nachher für das neue System. Ich benötige hier aber ein Root-Passwort für die Live-ISO. Und das mache ich einfach mit pass.wd. Dann ein Passwort eingeben und das Ganze nochmal bestätigen. Und dann habe ich dieses Passwort, sodass ich mich jetzt gleich auf meiner lokalen Maschine entsprechend einloggen kann. So, hier auf meiner lokalen Maschine kann ich jetzt einfach eine SSH-Verbindung aufbauen mit SSH und dann Root-Add. Und dann 192.168 war das, 172, glaube ich, und die 23, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war dann die 178 und die 23. Jawohl. Dann einmal Yes und jetzt das Root-Passwort, was wir uns gerade eben vergeben haben, eingeben und schon sind wir auf der Installations-ISO jetzt erstmal drauf. Und hier haben wir dann auch unsere Festplatten, die bereits schon eingehängt sind in ihre jeweilige Struktur. Und jetzt werden wir uns die Konfigurationsdatei mal genauer anschauen, bevor wir hier anfangen, die Installation durchzuführen. So, dazu wechsle ich erstmal in den MMT-Ordner, MNT, denn hier befindet sich das Installationsverzeichnis. Wenn ich jetzt hier auf LS mal gehe, finde ich jetzt hier quasi nur zwei Ordner, nämlich den Boot- und ETC-Ordner. Lost-and-Found gehört mit zu dem Journalsystem von EXT4, der ist automatisch erstellt worden. So, und unter ETC finde ich die config.scm. Diese kann ich zum Beispiel öffnen mit nano. Config.scm. Und dann finde ich hier im Prinzip, ja, die Konfiguration, die wir jetzt hier eben haben, was wir jetzt eben schon bei der Installation eingestellt haben. Unter anderem eben dann hier die Module, die wir uns gleich noch anschauen, aber hier auch den Host-Namen, den wir uns festgelegt haben. Dann der Benutzername und so weiter und so fort. So, hier unten finden wir dann auch die, ja, Geräte, die hier nachher eingebunden werden, im Prinzip die Formatierung. Und das war's im Prinzip schon. Mehr ist jetzt hier nicht erstellt worden. So, die erste Änderung, die wir hier mal durchführen, sind die Module. Denn, äh, ich möchte ja neben den, äh, regulären GNU-System, möchte ich ja auch nicht freie Software installiert haben, nämlich das sogenannte Non-GNU. Und da mache ich jetzt hier erstmal Klammer auf, Klammer zu. Und in dieser neu erstellten Klammer gebe ich jetzt hier einfach ein Non-GNU. Dann, äh, Packages. Und Linux. Das ist quasi der Nicht-Libre-Kernel quasi. So, hier bei Operating System, so, füge ich, äh, hier mal ein, äh, eine Zeile ein und gehe dann hier, gebe dann hier ein Kernel Linux. Und hier gebe ich dann noch ein Firmware-Linux. Und hier noch List Linux-Firmware. So, dass die Original-Linux-Firmware quasi mitgeladen wird. Hier schön drauf achten, dass das mit den Klammer auf, Klammer zu, alles so ist, dass genau die richtige Anzahl an öffnenden und schließenden Klammern dann da sind. So, dann können wir das erstmal soweit speichern. Mit STRG-O. Und mit STRG-X können wir das Nano wieder verlassen. So, als nächstes gehe ich hier wieder in die Installation quasi zurück, in die, auf die Installations-ISO. So, wir werden als erstes den sogenannten, ja, Gnu-Geeks-Store implementieren. Und zwar ist es so, der Paketmanager zieht sich quasi alle Sachen, die, alle Paketdaten zieht er sich runter und speichert sie quasi lokal in einem sogenannten Cow-Store. So, und um diesen Cow-Store zu aktivieren, wir hatten das ja vorhin, ne, der Shepherd und die Herde, der Schäfer und die Herde, braucht natürlich noch seinen Kuhstall. Ich weiß, das klingt wie ein schlechter Witz, das heißt aber wirklich so, Herd, Start und dann den Cow-Store. Den gucken wir uns auch gleich noch an. Und dann, wo der Cow-Store hin installiert werden soll, nach MNT. So, und somit ist dieser Cow-Store jetzt aktiv, der Service. Jetzt brauchen wir noch ein paar Channels. Channels sind im Prinzip die Repository oder die Mirror-Listen, wie man das so aus anderen herkömmlichen Paketmanagern so kennt. Damit wir aber die nicht freie Software auch installieren können, müssen wir Geeks noch erzählen, wo er das Ganze runterladen kann. Und das geht mittels Channels. Und da kommt jetzt hier Non-Geeks ins Spiel. Hier auf GitLab, auf der Non-Geeks-Seite quasi, gibt es eine schöne Beschreibung, wie das Ganze mit den Channels quasi funktioniert. Und wir machen das aber auch hier gar nicht allzu kompliziert. Man kann sich das hier alles schön in Ruhe durchlesen. Und zwar ist das ganz einfach. Hier, das haben wir quasi schon durchgeführt. Wir haben Kernel und Firmware, haben wir unter Operating System quasi schon eingetragen. Ja, hier steht noch init-rd, aber das brauchen wir nicht. Das haben wir in die Config-Datei eingetragen. Und hier braucht es im Prinzip noch die sogenannte Channels-SCM. Und diese Channels-SCM, die muss ich noch erstellen mit diesem Inhalt. Und ich kopiere mir das Ganze jetzt hier einfach mal mit STRG-C. Gehe auf meine Geeks-Installation zurück und werde jetzt hier mit Nano eine Datei erstellen unter mnt-etc. Und die nenne ich einfach Channels.scm. Und hier füge ich das Ganze einfach ein. Von der Syntax her handelt es sich hierbei nicht einfach um normale Konfigurationen, sondern tatsächlich um eine Programmiersprache namens Scheme, also Schema. Und hier wird im Prinzip eine Konstante festgelegt mit den Channels. Und der Name des Channels ist nongeeks. Hier ist das Repository von nongeeks, wo es zu finden ist auf GitLab. Da haben wir hier noch das letzte Commit, auf was ich dann dieser Channel dann beziehen soll. Und hier gibt es dann noch den OpenPGP Fingerprint. Und hier dieser letzte Befehl bedeutet einfach nur, dass die Standard Channels danach mit implementiert werden sollen. Und das wäre dann zum Beispiel der Savannah-Kanal von GnuGeeks selber. So, dann werden wir das Ganze jetzt hier einfach mal speichern mit STRG-O und STRG-X. Und dann sind wir jetzt hier quasi raus. Und zu guter Letzt können wir jetzt die Installation quasi, ja, anstoßen. Und das machen wir mit einem Programm namens Time Machine. Das ist von GnuGeeks quasi die Software, die dafür zuständig ist, das Ganze hier zu installieren. Das nennt sich dann geeks. Time-Machine. So, dann wählen wir die Channels-Datei aus. Mit dem großen C wähle ich jetzt hier aus, welche Channels er nehmen soll. Und gespeichert haben wir die unter mnt, etc und dann Channels. Und parallel dazu soll er dann auch noch die Systeminitialisierung durchführen. Normalerweise würde das jetzt in einem separaten Befehl gehen mit geeks-system-init. Das brauche ich aber nicht. Das kann ich jetzt hier quasi mit diesen zwei Bindestrichen einfach anhängen. Also gebe ich jetzt hier einfach Systeminit ein und gebe jetzt quasi die Konfigurationsdatei an, die wir ja jetzt erstellt haben schon. Die ist unter mnt, etc und dann config.scm. Und jetzt muss ich zum Schluss noch Time-Machine sagen, wohin er denn das System quasi installieren soll, was dann das Wurzelverzeichnis ist. Und das Wurzelverzeichnis ist mnt. So, dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt funktioniert. Und ich drücke jetzt Enter. Diese Installation wird jetzt durchaus einen Moment dauern. So, die Installation ist nun abgeschlossen. Und das hat natürlich auch eine Weile gedauert, da der Kernel erst gebaut wurde und viele andere Sachen auch kompiliert werden mussten. Deswegen braucht man wirklich eine Menge Geduld, wenn man eben GNU-Geeks installiert. So, noch ein kleiner Hinweis. Sollte während der Installation die gesamte Installationsroutine da irgendwie einfrieren oder irgendwie stehen bleiben und es so aussehen, als wenn es einfach nicht mehr weitergeht, ist das überhaupt kein Problem und auch kein Grund zur Sorge, da einfach mit STRG-C den Vorgang einfach abbrechen oder unterbrechen und dann den letzten Befehl, Geeks Time Machine, einfach noch einmal durchführen. Das Gute daran ist, es geht dann nicht von vorne los und er fängt nicht wieder bei 0 an, sondern er macht da weiter, wo er quasi aufgehört hat. Da, wo es stehen geblieben ist. Dieses Stehenbleiben, das kann unterschiedliche Gründe haben. Ja, aber hier überhaupt kein Grund zur Sorge. Einfach STRG-C und dann den letzten Befehl noch einmal durchführen, damit er an der Stelle weitermacht, wo er aufgehört hat. Das ist nämlich das Schöne an GNU Geeks, dass das alles so, ja, persistent aufgebaut ist, sodass man einfach fortfahren kann, ohne dass man wieder von neuem anfangen muss. So, dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt wieder zurück. Ich werde jetzt hier die SSH-Verbindung mal beenden und dann wechseln wir zurück auf die Maschine direkt. So, hier sind wir auch. Und im Prinzip können wir jetzt das gesamte System neu starten. Dazu erst mal U-Mount-A. Dazu das Minus noch treffen. Das wäre dann hier, damit alles ausgehängt wird, was auszuhängen geht. Und dann einfach Reboot. Und jetzt befinden wir uns hier im Geeks-Drop-Menü. Und wir sehen ja hier GNU with Linux 6.0.10. Und das ist der normale, sage ich mal, der große Linux-Kernel. Das ist nicht der Libre-Kernel. Wenn du jetzt nicht die Non-Geeks-Tanels mit integriert hättest, wäre nun der Libre-Kernel installiert worden. Und das würde man hier auch sehen. Dann würde es heißen GNU with Linux Libre. So, wir können jetzt dieses System so einmal starten. So, und schon befinden wir uns hier im GNOME Login Manager. Und hier werden wir jetzt nach Benutzername und Passwort gefragt. Und wir können das mal probieren. Und ich kann jetzt schon sagen, das wird nicht funktionieren. Wenn ich jetzt hier mein Benutzername und das Passwort eingebe, dann kommt jetzt gleich Login fehlgeschlagen. Die Passwort-Legitimierung hat leider nicht geklappt. Und das liegt daran, dass wir die Installation selber nicht in der grafischen Installationsroutine abgeschlossen haben. Denn alles das, was während dieser grafischen Installationsroutine zwischengespeichert war, wie zum Beispiel eben die Passwörter und so weiter, hat er jetzt natürlich nicht übernommen, da wir später manuell übernommen haben. Da ich ja über SSH mich dann verbunden habe. und einfach nur das Herunterladen der Pakete manuell durchgeführt habe. Und dadurch wurden die Accounts zwar angelegt, weil die ja in der Konfiguration mit drin war, aber die Passwörter wurden nicht mit übergeben. Das Problem müssen wir einmal lösen. Dazu öffnen wir jetzt einfach wieder ein Terminal. Ja, wir sind ja jetzt wieder in einer grafischen Oberfläche. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder STRG-ALT-F3 zum Beispiel nehme, dann befinde ich mich hier in einem Terminal, wo ich mich dann einloggen muss. Und ich logge mich jetzt hier ein mit dem Benutzer ROOT. Und wie du siehst, bin ich sofort eingeloggt. Also ich habe kein Passwort eingeben müssen. Und das ist das, was wir auch als erstes machen. Mit passwd gebe ich jetzt hier einfach ein Passwort an für den Benutzer ROOT. Wiederholen. Und das Gleiche machen wir jetzt noch mit dem Benutzer TYP. Also passwd und dann einfach TYP. Dann werde ich jetzt nach dem Passwort gefragt. Das kann ich mir jetzt aussuchen. Dann einmal wiederholen. Und damit ist das Ganze dann soweit fertig. Dann kann ich jetzt hier EXIT machen, um das Terminal zu verlassen. Und gehe dann auf STRG-Umschalt F7. F7 ist quasi das Standard-Perminal für das X-Window-System. So, jetzt einmal gedrückt. So, jetzt kann ich hier auf einmal draufdrücken. Und jetzt gebe ich hier das Passwort ein, was ich mir eben festgelegt habe. Und jetzt funktioniert das auch. Jetzt werde ich eingeloggt. Und bin jetzt in einem, ja, Vanilla Gnom quasi drin. Also ich habe hier wirklich, das ist im Prinzip alles an Software, die jetzt hier drauf ist. Das ist wirklich auf die einfachsten Gnome-Programme begrenzt. Also hier ist wirklich nicht allzu viel mit drauf. Und das ist auch gut so. Denn so kann ich jetzt quasi anfangen von vorne mit genau den Sachen, die ich auch wirklich brauche und die ich wirklich haben möchte. Ich werde jetzt hier einmal die Konsole öffnen. Denn die werden wir jetzt brauchen. Denn es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die jetzt hier noch getätigt werden müssen. So, ich mache mal Vollbild. Zuallererst haben wir ja eine Channels-SCM-Datei und eine Config-SCM-Datei erstellt, beziehungsweise die wurde auch erstellt. So, jetzt ist es so, wenn wir das System upgraden, würden diese Dateien nicht mehr existieren und würden überschrieben werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen diese Dateien schon irgendwie sichern, sodass dann nicht versehentlich die Channels-Datei überschrieben wird und vielleicht zum Beispiel der Non-Geeks-Channel einfach entfernt wird. Denn wir wollen ja den Non-Geeks-Channel behalten, damit wir auch nicht freie Software installieren können. So, zuallererst ls-la. Gucken wir mal, was hier alles an Ordnern verfügbar ist. So wie es aussieht, haben wir einen Config-Ordner. Da gehen wir mal rein mit cd.config. Und da schauen wir mal an, was wir da haben. Und da haben wir nicht allzu viel. Da sind ein paar GNOME eigene Einstellungen schon drin. Die Tastatureinstellungen, Nano und auch Puls. Und was wir jetzt hier brauchen, ist ein Ordner für Geeks selber. Und das machen wir mit mk4 und dann einfach Geeks. Und dann können wir direkt reingehen in diesen Ordner. Machen wir hier wieder sauber ein bisschen. Und wir kopieren jetzt die Channels-Datei und die Config-Datei hier rein. Also Copy. Die Channels-Datei befindet sich ja in etc. Und dann channels.scm. Und wir kopieren sie einfach hierher. Das kann ich einfach sagen mit einem Punkt. So, dann haben wir die jetzt drin. Ja, da ist sie. Und die Config-Datei ebenfalls. Hier machen wir Kopieren. Slash etc. Slash config. Und die kopieren wir hierher, benennen sie aber um. Und zwar nenne ich sie System. Punkt. SCM. Weil das ja die Systemkonfiguration ist. So, da wir jetzt aber die Standard-Commits auch haben für die Installation des Systems, möchten wir natürlich das System noch updaten auf den aktuellsten Stand. Und das geht ganz einfach mit Geeks-Pull. Das ist ähnlich wie bei Git. Ja, da wird dann auf das Git-Repository zugegriffen. Und dann wird hier einfach quasi ein Pull durchgeführt. Das heißt, alle Comments werden heruntergeladen auf das System. Und zwar in den, und mit dem Gnu-Store quasi, oder mit dem Cow-Store quasi abgeglichen. So, hier sehen wir dann auch das Savannah. Uch. Ja. Git-Savannah-Gnu-Org. Das ist dann der Original, das Original-Geeks-System. So, während der jetzt den Pull durchführt, können wir ja mal ein neues Fensterchen hier öffnen. Und dann schauen wir uns mal den Cow-Store an. Und zwar im Root-Verzeichnis gibt es einen Ordner, den es sonst unter Linux-Betriebssystemen nicht gibt. Und das ist der Ordner Gnu. In diesen können wir mal schnell reingehen. Hier gibt es quasi einen Ordner drinne und dieser heißt Store. Das ist im Prinzip der Cow-Store oder auch Gnu-Store genannt. Und da gehen wir auch mal rein. Und listen jetzt hier einfach mal auf. Nicht erschrecken, das sieht alles ein bisschen voll aus hier. So, und was wir jetzt hier sehen, sind im Prinzip alle Programme, die heruntergeladen wurden aus den Repositories. Und diese bekommen dann im Prinzip einen Hash-Wert und dann den eigentlichen Namen des Programms, damit dieses eine Programm in dieser einen Version wirklich einzigartig hier im Store gespeichert ist. Das ist ganz normal so. Sowas ähnliches hast du vielleicht schon mal gesehen, sogar vielleicht auf meinem Kanal. Denn ich hatte vor geraumer Zeit mal das Nix OS installiert. Und Nix OS behandelt im Prinzip die Software genauso. Da gibt es ja den Nix Paketmanager und der funktioniert quasi ähnlich oder genauso. Genuggeeks hat im Prinzip die Paketierung von Nix ein Stück weit übernommen oder zumindest ist auch die Idee. Warum wird das hier so gemacht? Was ist dann da der Unterschied zwischen den regulären Paketmanagern? Ganz einfach, Programme werden hier nicht einfach nur ins Bindverzeichnis installiert. Denn wenn ich jetzt hier im Bindverzeichnis mal bin und einfach nur LS eingebe, dann sehe ich hier lediglich die Shell. Die ganz normale Shell ist hier im Bindverzeichnis drin, weil die wirklich systemweit verfügbar ist. Und ansonsten fehlen hier im Prinzip alle Programme. Und selbst diese Shell verweist im Prinzip direkt auf den GNU-Store, auf Bash. Und das ist eben die Besonderheit. Die Software wird nämlich nicht systemweit installiert, sondern wird profilweit installiert. Das heißt, jeder Nutzer kriegt sein eigenes Profil und in dieses Profil wird die Software im Prinzip installiert. So, jetzt wo wir Geeks Pull ausgeführt haben, also wo wir die neuesten Informationen quasi gezogen haben, können wir diese jetzt eben auch aktualisieren. Und das geht mit dem Befehl Geeks Upgrade. Und so wie es aussieht, gibt es nichts zu tun, da das ganze System bereits aktuell ist. So, und hier ist nochmal der Typ aus dem Schneidetisch. Ich muss hier leider noch was ergänzen, denn das stimmt nur so bedingt. Denn das Geeks Upgrade hat leider nichts mit dem Upgrade des Systems zu tun, sondern das Geeks Upgrade aktualisiert lediglich die Pakete, die man selber installiert hat, die quasi im eigenen Profil installiert sind. Wie man ein Programm ins eigene Profil installiert, da kommen wir jetzt gleich im Video noch drauf zu. Allerdings fehlt hier tatsächlich jetzt ein Schritt, den ich hier nicht gezeigt habe, da ich den Off Camera quasi gemacht habe, weil ich habe da einige Sachen nicht ganz hingekriegt. Und da musste ich mich nochmal belesen. Und zwar nachdem Geeks Pull ausgeführt wurde, muss danach dieser Befehl hier ausgeführt werden. Sudo Geeks System Reconfigure und dann nicht der Verweis auf etc.config, sondern im Prinzip der Verweis auf die eigene Config-Datei. Das heißt, der eigentliche Befehl muss dann lauten, ich werde jetzt hier einfach mal ein Terminal aufmachen, das spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Und zwar muss dieser Befehl dann so eingegeben werden, da sich die Konfigurationsdatei ja nicht mehr in etc.config befindet, sondern wir haben die ja verschoben in das eigene Home-Verzeichnis im Prinzip. Dann auf .config slash geeks slash und dann System.scm und da sich ja diese System.scm jetzt in meinem eigenen Home-Verzeichnis, also in meiner eigenen Umgebungsvariable befindet, muss ich noch hier nach dem Sudo ein minus e eintragen, ein minus großes e, um eben die Umgebungsvariable des Sudo zu behalten. Und somit funktioniert das auch. Also wer sich mit Umgebungsvariablen so ein bisschen auskennt, der wird das vielleicht verstehen. Wenn nicht, überhaupt nicht so schlimm. Einfach so eintragen, Sudo und dann ein minus großes e, wenn du die System.scm aus deinem eigenen Geeks-Config quasi ansprichst. So, das einmal ausführen und dann wird im Prinzip das gesamte System neu in deine Umgebungsvariablen eben reingeschrieben. Ansonsten funktioniert das nachher nämlich mit dem Installieren auf Profilebene nicht. Das ist ganz wichtig. Das hatte ich noch vergessen. So, und jetzt wieder zurück. So, wie können wir jetzt also Sachen auch installieren in das eigene Profil quasi? Wie du sicherlich gerade gesehen hast, habe ich bei Geeks-Upgrade auch kein Sudo eingegeben, weil es gibt gar keine Notwendigkeit für ein Sudo. So, ich werde jetzt hier erstmal, gehe ich jetzt hier erstmal wieder in mein normales Home-Verzeichnis und zum Beispiel, was nicht installiert ist, ist Vim. Und wenn ich jetzt Vim haben möchte, dann sage ich einfach Geeks-Install-Vim. So, und damit ist die Installation auch fertig. Das ging dann recht fix. Und jetzt wurde eine neue Datei erstellt in meinem Home-Verzeichnis und zwar Geeks-Profile. Und zwar ist Geeks-Profile ein Ordner, da können wir mal reinschauen. cd.geeks-profile. Wieder ein bisschen aufräumen. Und hier machen wir mal NLS. So, da sehen wir jetzt hier ein paar Ordner, einmal bin, etc und share. Schauen wir mal in den Binnenordner rein. So, und hier haben wir ein paar Programme. xxd, Vim, 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 Rvim, Rvim und EX. So, wie wir sehen, Vim funktioniert auch. So, und jetzt deinstallieren wir Vim mal wieder mit Geeks-Remove und dann Vim. So, das folgende Paket wurde entfernt. Und jetzt kann ich einfach Vim nochmal starten. Und jetzt ist Vim nicht mehr verfügbar. So, bei Geeks-Profile, wenn ich jetzt hier LS mal mache, dann fehlt das BIN-Verzeichnis. Da Vim das einzige Programm war, was ich hatte, war Vim auch das einzige Programm, was hier im BIN-Verzeichnis drin war. Und jetzt ist dieses Verzeichnis quasi weg. Das heißt, Vim ist jetzt nicht mehr installiert. Allerdings befindet sich Vim immer noch im GNU-Store. Das wurde ja jetzt einmal heruntergeladen. Und wenn ich jetzt hier mal GNU-Store einfach schaue und LS, LR mache, dann werde ich jetzt natürlich nicht allzu viel sehen. Und wenn ich jetzt hier einfach mal Find Vim eingebe, dann sehen wir hier, gibt es einen Eintrag, der nennt sich dann geeks.vim. Das heißt, Vim ist dann tatsächlich da. Es ist noch im Store drin. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe und nochmal sage, Geeks Install und dann Vim, dann geht das noch schneller. Denn jetzt brauchte Vim auch nicht heruntergeladen werden, sondern er hat das sofort aus dem Store gezogen. Und Vim ist sofort wieder in meinem Profil mit drin und somit gleich wieder für mich verfügbar. Und das Gute ist, hier wurden keine Daten irgendwie, Pakete irgendwie dupliziert oder ähnliches, so dass das haufenweise Speicherplatz wegnimmt, sondern es wurde lediglich, wenn ich jetzt hier mal schaue nochmal beim Geeks Profile, also CD Geeks Profile, dann haben wir jetzt das BIN-Verzeichnis CDBIN und hier befinden sich jetzt alles, was zu Vim gehört, unter anderem eben hier. Und wenn ich LS minus LA nochmal eingehe, dann sieht man eben, das sind alles nur Verweise auf Vim. Und das hier ist im Prinzip einfach nur eine Verlinkung auf mein Profil. Mehr ist es nicht. Und deswegen kann jeder einzelne Nutzer, der hier drauf ist, quasi auch ein Install durchführen, ohne, selbst ohne, dass extra was aus dem Internet geladen werden muss, wenn sich das Paket bereits schon im Store, im GNU-Store oder im Cow-Store befindet. Klingt ein bisschen kompliziert erst, wenn man aber erst mal eine Weile mit rumgespielt hat, wird man ganz schnell merken, das ergibt unglaublich viel Sinn und es macht vor allem Spaß und man braucht auch nicht für alles, was man hier im System benötigt, Sudorechte. Man kann quasi ohne Sudorechte hier seine Pakete installieren. Ebenso zum Beispiel wie den Firefox, den wollen wir jetzt mal installieren, weil den haben wir aktuell nicht. So, nun wird Firefox installiert. Wie man jetzt hier auch sieht, sind die Store-Dateien hier jetzt auch erst runtergeladen worden und inklusive aller Abhängigkeiten. Und diese bleiben dann jetzt quasi auch im Store und werden dann mit den Updates auch immer wieder mit geupdatet. Und jeder andere Nutzer auf diesem System, wenn er sich dann ebenfalls Firefox installieren möchte, bekommt dann quasi direkt die Daten aus diesem Store hier rausgezogen, ohne dass die Daten nochmal neu heruntergeladen werden müssen. So, da die Installation von Firefox mehrere Stunden dauern würde, da es ja komplett von Null auf kompiliert wird, habe ich die freie Alternative und dann habe ich die Daten installiert. So, IceCAD ist jetzt hier drauf, da gehe ich hier einfach unter Browser und da sehen wir es hier auch schon. Ja, das ist im Prinzip auch ein Firefox-Klon, könnte man sagen, aber eben halt ohne die Lizenzen von Firefox, ohne die Mozilla-Lizenzen, quasi als 100%-freie Software. Hier in den Einstellungen kann ich alles genauso einstellen, wie im Firefox auch. Was gibt es also abschließend zu GnuGeeks noch zu sagen? Nun, ich habe hier heute mit diesem Video nur an der Oberfläche gekratzt. Das war nur mal ein grober Überblick, eine grobe Installationsanleitung. Die ganzen Details und die ganzen Möglichkeiten, die mit GnuGeeks mitkommen, die habe ich hier gar nicht aufgezeigt, da es auch das Video tatsächlich sprengen würde. Denn den Geeks-Paketmanager kann man übrigens auf jeder x-beliebigen Distribution nachinstallieren. Das heißt, wem dieses Paketmanagement so gefällt, er jetzt aber nicht ausschließlich das GnuGeeks als Betriebssystem installieren möchte, der kann sein eigenes Betriebssystem durch den Geeks-Paketmanager erweitern. Das ist ähnlich wie bei Nix und über NixOS habe ich ja bereits ein Video gemacht. Für wen ist das Betriebssystem also geeignet? Also ganz bestimmt nicht für Anfänger leider, sondern GnuGeeks ist tatsächlich für Geeks. Für GnuGeeks. Je nachdem, wie man es schreibt. Es bedarf tatsächlich ein Grundverständnis, wie Linux funktioniert und auch ein bisschen Ausdauer, da gerade die Installation von Paketen durchaus sehr lange dauern kann, wenn sie nicht bereits vorkompiliert sind. Ansonsten sind dem System überhaupt keine Grenzen gesetzt. Man kann damit quasi alles machen, was man mit einem Linux-Betriebssystem so machen kann. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.